Herzlich willkommen zur 139. Folge von Verhundert. Heute haben wir den 15. Juni 2023 und vor 100 Jahren den 15. Juni 1923. Hier sind Luis und Steffen. Und die heutige Folge hat ein Hausmeisterteil, dann haben wir die Themen von vor 100 Jahren und zum Schluss noch ein Harikas Kasserteil und ich vergesse immer den Werbevlog. Der kommt nämlich? Zwischen dem Hausmeisterteil und den Themen von vor 100 Jahren. Genau. Der Hausmeisterteil. Wir sind heute in welchem Park? In Reinickendorf. Wir sind heute in Reinickendorf. Ich glaube, es ist der Kienhauspark. Wir sind in der knallenden Sonne. In der knallenden Sonne. Ich nehme schon seit einer Stunde auf. Genau. Wir haben ja auch Herausforderungen, dass die Batterien von dem Aufnahmegerät geht zu Ende. Mein iPad hat sich überhitzt und konnte nicht weiter sprechen. Und es ist sehr, sehr spannend, weil wir sitzen in der Sonne, denn wir werden im Schatten von Mücken aufgefressen. Ja, deswegen, also nur die Harten können podcasten. Ja, richtig. Nur die Harten kommen in die W.A.F.-Datei. Die W.A.F.-Datei. Ja, oder Flack. Ja, oder auch Flack. Ja, und deswegen nehmen wir halt hier im Garten auf. Es ist aber sehr, sehr schön, endlich mal draußen aufzunehmen mit Steffen. Und das freut mich sehr. Ja, genau. Wir haben auch immer einen Rhythmus, weil wir wohnen sehr weit auseinander. Also ich wohne am einen Stadtende und quasi genau diagonal, symmetrisch am anderen Ende wohnt Steffen. Und deswegen bin ich heute in den tiefen West-Berlins und Steffen ist immer mal in den tiefen Ost-Berlins. In den tiefen West-Berlins, also so West-Berlin nicht. Vor allen Dingen so alt sind wir ihn auch nicht. Wir sind auch ein bisschen sehr großväterlich. Ja. Ja. So. Das sind, würde ich sagen, das ist der Hausmeister-Teil. Und dann kommen wir doch zurück in den Themen von vor 100 Jahren. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.06.1923. Wertheim, soweit der Vorrat reicht, frisches Fleisch. Zum Beispiel Kalbskeule, ganz und geteilt das Fund, 7600 Mark. Oder vielleicht doch Kaninchen gefroren, gestreift ohne Kopf, nur 4000 Mark. Und wer etwas mediterran geneigt ist, neue italienische Kartoffeln, das Fund, nur 1700 Mark. Und nun, liebe Zeitreisende, aufgepasst! Reisetipp! Die American Line berichtet über den regelmäßigen Passagierverkehr mittels Doppelschrauben und Dreischraubendampfer von Hamburg nach New York. Zum Beispiel mit der Mongolia am 26. Juni oder Minikada am 30. Juni, Kronland 7. Juli oder Manchuria 14. Juli. Hervorragende Einrichtung der Kajüte und dritten Klasse. Vorzügliche Verpflegung. Auskunft erteilt die American Line Alsterdam 39 Hamburg. Und wer auf Reisen geht, der sollte sich die Schuhe putzen. Zum Beispiel mit Schuhputz von Servos Terpentinware. Servos, merke sich an jeder, putzt die Schuhe, erhält das Leder. Chemische Werke, Lupinski und Co. AG, Berlin-Lichtenberg. Herzlich Willkommen zu den Themen von vor 100 Jahren. Wir haben jeder drei Themen. Steffen kennt meine, ich kenne seine nicht. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Dann fang du mal an. Dann fang ich an mit dem Dauerbrenner-Reparation. Oder was heißt Brenner? Das ist halt das wichtigste Thema gerade. In Frankreich ist Eskalation. Und zwar Poincaré, das ist der aktuelle Präsident in Frankreich. Der ist auch hinter der Ruhrbesetzung und der ist für eine harte Haltung. Und der hat mit 505 gegen 67 Stimmen neue Kredite bekommen. Und das Vertrauen des Parlaments für seine Politik. Und anderen Worten zu sagen, die Franzosen stehen hinter der Besetzung des Ruhrgebiets. Genau. Die Deutschen dehnen auf die Zeit davon. Das Ruhrgebiet ist besetzt. Der Ruhrkampf dauert an. Die Inflation nimmt astronomische Höhen an. Und das ist ein Kampf, der nicht ewig fortgeführt werden kann. Und jetzt gibt es ein neues Memorandum, um das ganze Thema aufzulösen. Und ich habe das im Stresemann-Buch in kompletter Länge. Das ist so eine Seite mit sieben Teilen. Und ich bin gespannt, Steffen, was du davon hältst. Also der erste Teil ist der, dass man sagt, ja, wir sind bereit, Reparationen zu zahlen. Aber nur, wenn eine internationale Kommission von Wirtschaftsfachleuten die Leistungsfähigkeit von Deutschland überprüft. Das ist das Erste. Dann ist die deutsche Regierung bereit, Anleihen aufzunehmen. Und wenn das undurchführbar sein sollte, Spoiler Alert ist gerade, vor 100 Jahren, dann ist die Regierung auch bereit, Jahresleistungen zu erfüllen. Also wenn keine Kredite halt eingenommen werden können, dann können die halt den Kredit oder die Forderung jährlich abzahlen. Das ist eine eine Möglichkeit. Wenn du von mir Geld willst, kann ich anbieten, mir das Geld zu leihen und das dir dann sofort zu geben. Habe mal anderen Schuldner oder dir direkt die Raten zu zahlen. Und das nächste ist, Deutschland stellt sich bereit, Garantien zu geben. Und zwar soll die Reichsbahn über die Reichsbahn als Garantie zur Verfügung gestellt werden. Und dann soll die komplette deutsche Wirtschaft eine Sonderabgabe im Goldmarkt einrichten. Und außerdem sollen Zölle auf Genussmittel, Verbrauchsteuern, Tabak, Bier, Wein, Zucker, sowie die Erträge des Brandweinmonopols auch verpfändet werden. Okay, also, der Brandweinmonopol ist auch noch eine ganz spannende Sache. Das heißt, du willst dir das Geld darüber reinholen, indem du sagst, das, was auf jeden Fall immer gekauft wird und verbraucht wird, darauf mache ich jetzt eine extra Steuer. Ne, die Steuern sind ja schon da. Aber erhöhe sie oder nimm die Einnahmen daraus, weil ich auch sicher bin, dass es immer verbraucht wird. Sowas wie Zucker, Alkohol. Ne, das ist eher ein Future, also eine Finanztraktation. Du hast sichere Zahlungen und die verpfändest du jetzt schon. Zahl in der Zukunft, um halt für deine Schuld einzustehen. Darum geht es denen. Ja, genau. Mir geht es um den Punkt. Und das mache ich auf den Aspekt der Wirtschaft, der auf jeden Fall Geld generiert. Weil das nämlich Verbrauchsdinge sind, die auch in Krisenzeiten immer verbraucht werden. Alkohol, Zucker, Bier, Wein. Und man garantiert ja, dass diese Steuer nicht für was anderes verwendet werden. Und das Memorandum betont, dass es nur Fortschritte durch mündlichen Gedankenaustausch am Verhandlungstisch geben kann. Deutschland möchte eine Konferenz, um den besten Weg zur Erfüllung der Verpflichtungen zu vereinbaren. Klingt für mich sinnvoll. Du weißt, du kannst dich nicht als Deutscher mit den Franzosen an einen Tisch setzen, weil die Fronten hier verhärtet sind. Also suchst du dir noch jemanden, der hier schlichter ist. Richtig. Und auch der Papst ist gegen die Ruhbesetzung. Papst Pius XI. ruft zum Frieden auf. Und jetzt stellt man sich die Frage, den richtigen Gewinner gibt es hier nicht. Warum ist das Thema nicht schon längst gelöst? Warum geht es hier nicht weiter? Und das Problem ist der erste Schritt. Und die Franzosen wollen als Bedingung für die Verhandlung, dass der passive Widerstand aufgehoben wird. Und die Deutschen wollen am besten, dass die Franzosen sich aus dem Ruhrgebiet zurückziehen. Die haben jetzt, hatten wir in der letzten Folge mit diesem Angebot vom Rosenberg, das war ein anderes, haben die das schon als Bedingungen weg. Aber dieser erste Schritt ist das Riesenproblem, dass man sich auf eine gemeinsame Grundlage einigt. Und der Gegensatz ist Deutschland zu Frankreich. Die Engländer sind für eine Einigung. Die sehen das alles nicht ganz so ernst. Stellen sich aber hinter den Franzosen und sagen, erst wenn die wollen, wollen auch wir. Wir machen keine Einzelaktion. Das ist auch taktisch klug von den Briten. Ja. Und das ist der große Stand zur Operationsfrage. Dann im Ruhrgebiet selber gibt es halt jetzt verstärkt separatistische Bewegungen, die halt einen eigenen Staat wollen. Würde ich jetzt erstmal den Blog hier beenden wollen für die Folge. Und jetzt, Steffen, welche Themen hast du vorbereitet? Ich habe dir nicht gesagt, was ich habe. Ich habe dir aber gesagt im Vorhinein, ich habe drei populäre Songs ausgesucht. Und jeder Song hat etwas mit dem Thema zu tun, über das ich heute rede. Du kannst dir aussuchen, welcher Song es werden wird. Keine Angst, ich werde nicht singen. Luis wird hoffentlich auch nicht singen. Wir werden nicht singen. Wir ersparen euch das ja. Ich werde höchstens zwei oder drei Textzeilen vorlesen, mehr nicht. Du kannst einmal wählen zwischen die Ärzte mit Geld, die Totenhosen mit kein Alkohol, ist auch keine Lösung. Oder Blond mit dem Song Männer. Ich hätte gern Geld, die Ärzte. Da kann ich dir jetzt schon sagen, da habe ich am wenigsten, also das kleinste Thema bei mir. Aber ja, die Ärzte, Geld, vielleicht wer es nicht kennt, ein paar kleine Textzeilen aus dem Song. Da fällt mir plötzlich doch noch eine Lösung ein, denn ein Geheimnis gibt es schon zum Glücklichsein. Es ist einfach eher schlicht, doch ich sage euch ins Gesicht. So richtig billig wird der Tipp dann leider nicht, denn ich will Geld, 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 nur ein wenig Geld, Geld, Geld. Auch wenn euch das nicht so gefällt. Das Wichtigste auf dieser Welt ist nur mal Geld. Ein sehr schönes Lied. Ja. Luis, worum wird es gehen? Jemand möchte was machen und hat das Geld dafür nicht. Ich war jetzt unfassbar kreativ. Es geht um Geld. Ja. Und zwar haben die Teuerungswelle im Deutschen Reich. Die Reichsmark, die wird immer mehr entwertet, skaloppiert immer weiter die Inflation. Und was wir jetzt noch haben, ich fand die Meldung in der Hinsicht einen Mehrwert, zu gucken, wie reagieren denn so gerade die Arbeitnehmer und Arbeitgeber drauf. Und tatsächlich ist es so, dass die Arbeitnehmer in Streik gehen, vor allem im Industriegebiet in Oberschlesien. Dort gibt es immer wieder Leute, die sagen, wir arbeiten so nicht weiter, da ihr die Löhne, liebe Arbeitgeber, ihr müsst doch die Löhne anheben. Wir können uns das nicht mehr leisten, was dort draußen bezahlt wird. Das fand ich eine interessante Parallelität zu heute, 100 Jahre später. Wir haben Inflation, die natürlich bei Weitem nicht so hoch ist zum Glück. Aber wir haben auch jetzt ganz viele Arbeitnehmer, die auf die Straße gehen und streiken. Ich kann sagen, mein Lohn hat sich nicht inflationär entwickelt. Also es ist auf jeden Fall ein realer Kaufkraftverlust. Ja, naja, ich denke, weil wahrscheinlich fast jeden. Und sie gehen dort auch in Oberschlesien in den Streik. Nach zehn Tagen kommt ein Arbeitgeberangebot und sagt, okay, wir erhöhen die Löhne um 60 Prozent. Zum Vergleich in Berlin, wenn so ein Berliner Maurer, der gut verdient, der hat derzeit einen Wochenlohn von 185.000 Mark in etwa. Und eine vierköpfige Familie, davon das Existenzminimum, liegt nicht bei 185.000, sondern drüber bei ca. 252.000 Mark. Ja, wie soll denn das gehen? Also 70.000 Mark Unterschied in etwa. Sprich, wer arbeitet, muss hungern. Ja, so geht es gerade weiter. Und das ist auch ein Grund, das hat mit dem Thema auch zu tun, das du gerade hattest. Die Leute brauchen Geld und die Wirtschaft geht vor die Hunde und deswegen ist hier Eile geboten, sich auf einen Kompromiss zu einigen mit den Franzosen. Das ist der Knackpunkt. Das würde uns noch das ganze Jahr begleiten. Was man sagen kann, es ist Besserung in Sicht. Also der Passivwiderstand ist bald Geschichte und es geht voran. Luis, nächstes Thema. Ja, und zwar China. Ich wollte nochmal kurz auf die aktuelle Lage in China eingehen von vor 100 Jahren. Das dachte ich mir übrigens schon, dass du das Thema nimmst. Wir machen das meistens so, wir sprechen uns nicht ab, wer welches Thema nimmt. Aber ich habe gelesen, irgendwas mit China, ach, Luis wird das machen. Auf jeden Fall. Und hier ist wichtig, es gibt einen Staatsstreich, wo halt der alte Präsident Yuan Hong ersetzt wird durch den neuen Präsidenten Zhao Kun. Und das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gibt in China aktuell keine starke Zentralgewalt. Das Land ist in Warlords aufgeteilt, die sich auf Kosten der Bevölkerung bekriegen. Und es herrscht sehr, sehr viel Elend. Und hier möchte ich auch an besonderen Menschen eingehen. Und zwar auf Sun Yat-sen. Auf chinesisch, wenn man jetzt seinen Namen vorlesen würde, wäre das sowas wie, und das bei den Tönen, das fällt mir noch schwer, ist Sun Yian. So würde man das auf Mandarin aussprechen. Und der geht als Vater der Republik China. Also auch ein sehr bekannter Mensch. Ein sehr bekannter Mensch, der wird, also der hängt auf dem Tianwen-Platz in Peking. Und der wird auch in Taiwan verehrt. Der hat es geschafft, von beiden Ländern verehrt zu werden. Das ist schon eine Herausforderung, ja. Das macht ihn sehr spannend. Das ist so eine Art berufsrelationär, so ein bisschen wie der Lenin. Also der wollte schon immer halt aufgewachsen unter der Qing-Dynastie, unter dem verkrusteten Kaiserreich. Und wollte schon immer die Bevölkerung ändern. So ein eher kleinerer Mensch, sehr, sehr anstrengend mit seinen Zeitgenossen. Und konnte sich sehr, sehr gut verkaufen. Da hat zum Beispiel in England einen Vorfall provoziert mit der chinesischen Botschaft, der in allen Zeitungen war. Und ist deswegen auch als Führer angesehen worden der Demokratiebewegung in China. Und der war der erste Präsident nach der Ablösung des 2000-jährigen Kaiserreichs. Ja, das war 1912. War eine provisorische Präsident, der hat dann eine Versammlung eingerufen. Und dann musste er sein Amt zur Verfügung stellen, weil jemand, der viel gemacht hat, gesagt hat, ja, also, ich bin dabei, aber ich bin Präsident. Und das war der Angebot, was er nicht ablehnen konnte. Und dann ging er ins Exil nach Japan. Und da war er im Exil und ist jetzt eben einer dieser Warlords, war da in Guangzhou. Das ist diese bevölkerungsreichste Provinz in China, die ist um Hongkong rum. Da liegt das Perflussdelta, da liegt Guangzhou drin, da liegt Shenzhen drin. Meine Frau kommt da auch her. Ja, da musste er ja auch sehr gute Kontakte gehabt haben. Also ins Exil zu gehen ist ja eine Sache, aber dann wiederzukommen und tatsächlich als Warlord dann darauf zurückzukommen. Ja, der war bekannt, der war ja schon mal Präsident und der hat es sich immer gut verkauft. Und jetzt ist er halt dieser Warlord und der begründet halt eine Nationalregierung, die ist selbst programmiert. Also die haben sich jetzt selber dazu ernannt. Und der ist der Führer einer Partei, die nennt sich Kuomintang. Wir hatten ja später einen Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen. Und die Rote Partei war ja die kommunistische Partei Chinas. Und die andere Seite, die Weißen, war die Kuomintang. Also die Partei, die er jetzt gründet. Ich sehe da sehr viele Parallelen zu Russland und Sowjetrussland. Lenin, der ja auch im Exil war. Und dann gab es ja auch den Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen. Ja, und dieser Sun Yat-sen ist ganz, ganz wichtig für das Verständnis der chinesischen Geschichte im letzten Jahrhundert. Weil der gründet diese Kuomintang, KMT abgekürzt, also KMT. Und der macht das sehr schlau. Im Endeffekt ist er ein kleiner Opportunist. Das war auch schon ein ganzes Leben lang. Ich habe ein paar Bücher über den gelesen. Und der geht natürlich zum Kommentaren und sagt, meine KMT, wir sind ganz, ganz fleißige Kommunisten. Natürlich nach Moskauer Lesart, nach der Internationale. Und die kriegen jetzt Support. Die kriegen erfahrene Offiziere, die kriegen russisches Geld. Und in Guangzhou entsteht jetzt eine Militärschule, wo halt der Kader der Kuomintang ausgebildet wird. Zu der Zeit war auch Mao schon aktiv. Die Kuomintang enthält eben auch die Kommunisten. Und die Kommunisten werden auch gezwungen, mit der Kuomintang zusammenzuarbeiten, aus Moskau heraus. Und das ist eigentlich das Gleiche. Und Mao und die Kuomintang und auch Sun Yat-sen, die arbeiten jetzt alle zusammen. Und es gibt auch einen anderen, sehr begabten Offizier, Yan Kai-shek. Das ist quasi der spätere Präsident der Republik China, der auch mit Japan dann Krieg führt. Im parallelen Zweiten Weltkrieg. Und das ist der, der den Bürgerkrieg gegen Mao verliert. Und das ist der, der Taiwan gegründet hat. Und da ein despotischer Herrscher war, aber der heute immer noch der Staatsgründer ist. Und der, und dieser Yan Kai-shek, und dann ging das mit Mao. Und beide Führer berufen sich, der Erbe zu sein von Sun Yat-sen, als Vater der Republik China. Das ist, äh... Das heißt, der lebt auch nicht mehr so lange dann, oder? Ja, Sun Yat-sen, der stirbt Mitte der 20er Jahre. Ah, ja. Sehr, sehr früh. Und es passt halt auch beiden ganz gut in ihr Geschichtsbild, weil, ähm... Sun Yat-sen war nie in der Regierung Taiwan. Deswegen kann er auch aus Seiten der Kommunisten noch verehrt werden. Ja, verstehe. Ja, und, ähm... Das ist so ein ganz großes geschichtliches Loch, was ich da habe. Ich kenne da nichts drüber, außer, ja, Revolution, Mao, natürlich. Aber mit Taiwan, die ganze Geschichte, keine Ahnung. Hat man alles nicht in der Schule. Und das hat nur heute eine hohe Aktualität, weil zum Beispiel auch, ähm, die kommunistische Partei in Peking ist natürlich auch Sun Yat-sen eine super Identifikationsflugier, weil das, äh, weil das ist ja das Bild vom, vom Ein-China. Hm. Ihr gehört zu uns. Wir sind ein Land, eine Nation, ein Volk. Und der wird auch gezielt verwendet, um halt die, die Befehlworter-Partei in Taiwan für eine Vereinigung für sich zu gewinnen. Du hast so ein, du hast ein Symbol, mit dem du diese Einheit... Weil die Partei, die Taiwan gegründet hat, wurde gegründet von Sun Yat-sen. Ja, verstehe. Und der ist hier damals ein Opportunist, wie auch Mao, weil, deswegen sind die auch so erfolgreich. Das sind die einzigen Warlords mit, äh, äh, ausländischem Support, nämlich in dem Fall Internationale in Moskau, die die mit Geld gibt. Und diese, und, 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 und dann dieses Geld, was die stecken, und dass die halt quasi aus China dann, dann später ein kommunistisches Land machen, unter Führung. Mao ist der größte Erfolg der Internationale, halt für diesen kommunistischen Franchise, für das Ziel der Weltrevolution. Auch witzig, ne, dass, also, offiziell verstehen sie sich ja, glaube ich, immer noch als kommunistisches Land. Und, äh, es ist einfach interessant, dass, das länger gelebt hat, letztendlich, als die Sowjetunion. Ja, jetzt sind wir hier in der Sonne und mein iPad ist jetzt gerade, äh, ist es, wird es jetzt hier zu heiß. Ähm, es gibt ein sehr, sehr spannendes Buch, weil der Sun Yat-sen, der war verheiratet mit einer der reichsten Familien des Landes. Die hatten drei Töchter und die alle drei haben entscheidende Rollen in der chinesischen Geschichte gespielt. Auch, ähm, die, sagt seine Frau halt. Und, ähm, die andere Schwester hat diesen Yang Ka-shek geheiratet, der später dann der, äh, äh, der Präsident von China wurde und die ist mit ihm auch nach, auch nach, ähm, Taiwan gegangen. Ach, interessant, ja. Ähm, und die dritte Frau, die war auch sehr, sehr entscheidend. Da gibt's ein ganz spannendes Buch, ich werde das, äh, verlinken, was ich sehr, sehr empfehlen kann, das hatte ich mir mal ausgeliehen. Ich kann den Titel jetzt gerade nicht sagen, weil ich ein Hitze-Problem auf meinem iPad habe, ähm, wird aber verlinkt. Und Sun Yat-sen, eine, eine der entscheidenden Figuren, äh, mit Mao und mit eben diesem Yang Ka-shek, diese drei erklären sehr, sehr viel, äh, was in China jetzt gerade vor 100 Jahren passiert und noch passieren wird in den nächsten Jahrzehnten. Ich bin gespannt, also du wirst da sicherlich am Ball bleiben, hoffe ich, äh, und auch meine Bildungslücke hier schließen. So, Luis hat jetzt wieder sein, sein Gerät, er hat sich wieder abgekühlt und jetzt kann er die Büchernamen nochmal nachliefern. Es gibt ein Buch, das heißt, die drei Schwestern, das Leben der Geschwister Song in China im 21. Jahrhundert und es beschreibt es wirklich gut, ist ein Epos über Liebe, Krieg, Exil, Intrigen, Klamour und Verrat und die drei sind so wichtig, weil halt, eine war mit den, also davon waren von den drei wichtigsten Männern der Geschichte China im letzten Jahrhundert, waren zwei Schwestern von denen, mit der er verheiratet und, äh, die dritte, die war harte Anhängerin der Kommunisten, das, die wurde die rote Schwester genannt, das heißt, die waren überall, ähm, also, das war, was so ein bisschen Habsburger früher war, haben die jetzt auch gemacht. Genau, das Buch. Sie waren überall dabei und gut verflochten mit der Familie. Mach ich in den Anhängern und kann ich sehr empfehlen. Jetzt kommen wir zum, würde ich mir wünschen, dass du das, was die, das Lied Blond, wie hieß das Titel nochmal? Die Band heißt Blond und der Songtext heißt Männer. Ah, okay. Kennst du Blond? Ne, kenn ich gar nicht. Ist eine sehr witzige Band, finde ich auch. Ähm, die sind auch irgendwie verwandt, geschwistert mit, ähm, von Kraftklub. Ah, okay. Ja. Sie haben einen Song namens Männer und daraus auch hier ein paar Textzeilen. Doch irgendwann war es soweit, wir wurden endlich gebucht. Ganz unten auf dem Festivalplakat, erstmal egal, Hauptsache da. Als wir dann zum ersten Mal im Backstage waren, wurde es uns klar, wir sind allein. Wo sind all die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Probenraum. Es regnet Männer, Halleluja, es regnet Männer, so viele Männer, Halleluja, es regnet Männer. Luis, worum geht's in meinem Thema? Äh, ähm, Frauenmangel. Frauenbewegung, ja. Kann man so sagen. Okay. Frauenmangel, Frauenbewegung, Mangel an Rechten. Ja. Ähm, was ich mir letztes Mal schon rausgesucht hatte, aber ich fand, das passte noch nicht so ganz, war, es war beim, am 13.05. Und, ähm, ähm, 15.05. gab's, äh, ja, schon geschichtlich historische Momente für die Frauenbewegung, auch im Deutschen Reich, denn wir hatten im Mai letzt, äh, im Mai vor 100 Jahren das erste Mal den Muttertag im Deutschen Reich. Ja, den gab's schon in der USA so, in Bewegung 1907 und 1919, seit 1914 dort auch gesetzlich vorgeschrieben und jetzt auch im Deutschen Reich mal angekommen. Hat jetzt noch nicht so viele Auswirkungen gehabt in dem Jahr, aber vor 100 Jahren hatten wir es zum ersten Mal. Dann, vor 100 Jahren auch im Mai, viel genau auf dem 15.05., deswegen nehmen wir es erstmal erst dieses, dieses Mal mit rein, hatten wir den neunten internationalen Kongress der Frauen, also auch die haben sich getroffen in Rom und haben über Themen gesprochen, die es noch zu klären gilt und die Themen fand ich sehr interessant. Bin ich gespannt, weil ich hoffe, dass davon wir einige heute nicht mehr haben. Ja, und das habe ich nämlich nicht den Eindruck, wir haben genau die gleichen Themen immer noch. Ein Thema zum Beispiel, gleicher Lohn und gleiches Recht auf Arbeit. Ich glaube, 17 Prozent ist mein Kenntnisstand, es ist heute immer noch Unterschied, Gender, Pay Gap, ja. Ich habe es nicht nachgesehen, ehrlich gesagt, es ist halt immer noch da und das ist Fakt. Schlimm genug, egal wie hoch. Dann, Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen, da weiß ich nicht genau detailliert, was damit gemeint ist. Ich denke mir, es geht darum, wenn du verheiratet bist mit einer, also wenn dir eine Frau nicht aus dem Land kommt, welche Staatsangehörigkeit hat sie? Da musste ich auch so ein bisschen an dich denken, ihr hattet ja auch schon hier und da, ob es darf im Land bleiben oder nicht und so weiter. Da sind wir immer noch auf Meilenwald davon entfernt, glaube ich, zu sagen, das ist geklärtes Thema. Es hat vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit der Frau an sich zu tun heute, ein Jahre später, aber es ist immer noch ein Thema, wo ich mich frage, muss man das Leuten so schwer machen, wenn sie verheiratet sind, im selben Land wohnen zu wollen? Oder dass dann die andere, dass Partner oder Partnerin in dem Land auch arbeiten möchte in dem. Ja, der Prozess ist sehr, sehr schwierig. Ja, und mit sehr viel Überzeigungskraft. Naja. Dann geht es auch um Mutterschaftsunterstützung. Thema, was vor 100 Jahren nicht gut war. Und da, glaube ich, sind wir auch heute immer noch nicht auf dem grünen Zweig. Nee. Und Mädchenhandel. Leider auch ein Thema, das wir 100 Jahre später immer noch haben. Nee, es hört sich in einer sehr guten Konferenz an. Es ist ja sinnvoll, ja. Dann, das sind alles sehr schlechte Nachrichten, dass wir das 100 Jahre später immer noch haben. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Das ist jetzt eher so eine Aneinanderreihung von Themen. Dann werden wir mal nach Großbritannien gucken, Luis. Da haben wir am 1.6. eine dritte Frau im britischen Unterhaben. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wir hatten ja auch wenige Frauen bei der Nationalversammlung in Weimar dabei. Wenig ist immer noch sehr schlecht. Es ist mehr als Null. Von daher Fortschritt. Und die Frau sorgt für großes Aufsehen, denn sie ist eigentlich Operettensängerin. Mabel Russell ist ihr Künstlerinnenname. Und sie gewinnt bei einer Nachwahl. Das ist sehr interessant, weil ihr Mann eigentlich gewählt wurde. Okay. Die Wahl wurde dann aber für ungültig erklärt. Und dann wurde nochmal neu gewählt. Und dann tatsächlich fiel die Wahl auf sie. Finde ich sehr witzig. Und sie ist halt die dritte britische Frau im Unterhaus. Als sie dann das erste Mal das Unterhaus betritt, gibt es eine richtige Menschenhorde, die alle sehen wollen, wie diese Frau da reingeht. Sie wird von der Polizei auch beschützt, dass sie denen nicht zu nahe kommen. Leider kriegt sie dabei auch ein blaues Auge von einem der Polizisten. Also die erste Frau geht ins Parlament oder eine der ersten kriegt ein blaues Auge. Also vom eigenen Polizeischutz. Ja. Weil einfach so viele da stehen, das steht hier in der Meldung drin, das ist nicht beabsichtigt gewesen, aber es war halt so viele Leute drin, dass sie da irgendwie einen Ellbogen abbekommen hat. Ja, und dann noch eine gute Nachricht. Man muss so dankbar sein über diese Vorreiter, die dann quasi, die hat ja wahrscheinlich nicht nur Rosen geerntet, sondern auch viele flapsige Kommentare und stellenweise Hass. Sicherlich. Man muss sehr dankbar sein, dass die sich dem ausgesetzt haben. Sicherlich, ja. Die Tatsache, dass sie Operettensängerin war und auch einen bestimmten Bekanntheitsgrad hatte, wird dir sicherlich geholfen haben. Dann noch eine gute Nachricht aus Großbritannien, finde ich. Und zwar, wenn wir uns da mal ansehen, wie es um Ehescheidungen aussieht. Da gibt es jetzt ein neues Gesetz seit dem 14.06., also gestern vor 100 Jahren. Vorher war es so, wenn du verheiratet warst als Mann, konntest du dich scheiden lassen. Und das Einzige, was du vorweisen musstest, war, dass die Frau Ehebruch begangen hat. Wenn du als Frau dich scheiden lassen wolltest, dann musstest du auch nachweisen, dass der Mann Ehebruch begangen hat. Und du musstest auch noch beweisen, dass er dich misshandelt hat. Super. Ja. Und das fällt jetzt weg. So furchtbar. Ja, das ist ja... Also das fällt jetzt weg. Bitte doch drum. Jetzt müssen beide nur noch beweisen, dass jeweils die andere Person Ehebruch begangen hat. Also das... Mal auch so... Wir haben immer so viele schlechte Nachrichten, auch mal so als gute Nachricht. 100 Jahre später sind wir da immer noch nicht auf dem grünen Zweig. Aber es geht voran. Ich glaube auch, dass dieses ganze Chaos, was jetzt passiert, den gesellschaftlichen Wandel sehr förderlich ist. Weil alle irgendwie im Elend mit dabei sind und alle verlieren, ist halt sehr, sehr hohe Bewegung da. Und sehr viel Momentum, um halt gesellschaftliche Prozesse anzustoßen. Da ist die Zeit sehr gut. So was Kunst und soziale Prozesse, soziale Dynamiken angeht. Ja. Vor 100 Jahren. Soviel zu dem Thema. Ich hatte nur noch eins im Köcher. Willst du erstmal deins weiter machen? Ja, das passt nämlich wirklich auch dazu. Ist auch eine gute Nachricht. Und zwar Mieterschutz. Es gibt jetzt ein neues Reichsmieterschutzgesetz. Und das erlaubt es nur noch Vermietern in besonderen Umständen das Mietverhältnis zu beenden. Das geht für alle Wohnungen, die vor dem 1.7.1918 erstellt wurden. Also Altbauwohnung. Ja und das ist eine richtig, richtig gute Nachricht. Ja, das ist toll. Und da gibt es nichts gegen zu sagen. Die Lage vor 100 Jahren, gerade in Berlin, war genau wie jetzt eigentlich auch so grundlegend. Es gibt eine erhebliche Wohnungsnot. Denn aufgrund der Inflation, die passiert vor 100 Jahren, steigen die Baukosten. Und es lohnt sich betriebswirtschaftlich nicht, Wohnungen zu bauen. Also ich habe mich erst letzte Woche mit einer Architektin unterhalten. Die bauen Genossenschaftswohnungen, Auftrag für Genossenschaften. Und die haben ganze Projekte, die schon komplett fertig geplant waren, wo das Architekturbüro schon bezahlt wurde, abgebrochen. Weil wegen den hohen Baukosten sich das nicht mehr lohnt. Selbst die Genossenschaften. Und die meinte, die Politik, die muss da was machen. Weil es lohnt sich gerade nicht für normale Leute, bezahlbaren Wohnungsraum zu bauen. Weil die Kosten kriegst du in den nächsten 50 Jahren nicht wieder rein. Dann kann es halt natürlich, Gewerbe geht immer noch oder halt Luxussachen. Aber normale Wohnungen lohnen sich nicht. Ja, also ich habe jetzt auch, ich habe noch, also letztes Jahr sind wir ja umgezogen. Ich auch. Und wir waren kurz davor, das aufzugeben nach 13 Monaten Wohnungssuche. Und wir hätten fast gesagt, wir suchen uns irgendwie Eigentum. Und das hätte aber auch bedeutet, dass wir auch nochmal in unserer damaligen Wohnung wohnen bleiben. Weil die deutlich günstiger war, um weiterhin zu sparen. Aber du bist Berliner. Das heißt, du hast erstmal ein Netzwerk. Du hast Familie. Du kannst dich umhören. Deine Frau auch. Ihr seid beides Akademiker. Und das heißt, ihr habt es doch anders. Und beide im Arbeitsverhältnis, wenn das okay wäre. Ja. Und das heißt, ihr habt es eher noch, also wenn es schon für euch so schlimm ist, da gibt es ja noch einfach andere Randgruppen. So, die ihr eben nicht gehört, weil ihr keine Randgruppe seid und ich auch nicht. Die das noch viel schwieriger haben. Das zeigt halt, wie schlimm die Lage ist. Ja, also da dachte ich so, wenn wir auch schon so viele Probleme haben, wie krass muss es denn noch sein? Für jemanden alleinerziehend. Ja, oder für eine vielkünftige Familie. Oder der die Sprache nicht kann, die die Vermieter sprechen. Oder der halt, der einfach prekär arbeitet oder gar nicht. Also da auch wieder komisch, dass man so in die Zeit vor 100 Jahren schaut und so viele Parallelen wieder sieht. Und das nicht nur als Floskel, sondern es war so vor 100 Jahren, wie es jetzt auch ist. In Wohnungsnot, Wohnungsknappheit. Genau. Inflation, man muss bauen, man kann aber nicht bauen. Richtig, es gab ja nur vor 100 Jahren der große Unterschied, war das Sozialsystem, war wesentlich schwächer ausgeprägt, bis nicht vorhanden. Das ist halt dann doch anders. Und IT-Leute hatten nicht so gute Berufsperspektiven. Ja, also man hat auch weniger Freiheiten. Heute kann man ja woanders hinziehen, wenn es nicht anders geht. Aber nur, wenn man die Wahl hat, das hat auch nicht jeder. Ja, also, aber der Punkt ist, trotzdem ist Mieterschutz eine gute Sache. Und hier ist, was durchaus positiv vor 100 Jahren begonnen wurde, was es heute immer noch gibt. Und toll. Sehr schön. Dann kommen wir zu meiner letzten Meldung. Ich habe passend gewählt die Toten Hosen. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich lese eine Textseite vor. Ein klarer Kopf ist die beste Droge. Na klar, das kann schon sein. Es gibt so viele schlaue Sätze dazu und mir fällt auch eine ein. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich habe es immer wieder versucht. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Es würde gehen, doch es geht nicht gut. Luis, worum geht es? Um Alkoholmissbrauch. Ich war es super kreativ. Ja, also auch, es geht vor allem um das Verbot von Alkoholmissbrauch, um Prohibition. Und ich habe so eine kleine Randmeldung gesehen und dachte, ja, ganz nett. Dann habe ich noch mal so eine kleine Randmeldung ein paar Seiten später in unserem Chronikbuch gesehen, die auch was damit zu tun hatte. Noch eine Meldung und noch eine Meldung. Das waren immer so ganz kleine Meldungen. Da dachte ich mir, ja, irgendwie war das vor 100 Jahren doch ein ganz schönes Thema. Und wir hatten das schon mal, Prohibition in den USA. Und jetzt geht es nicht um die USA, sondern um Norwegen. Da wird ein norwegischer Minister, der muss zurücktreten, weil er portugiesischen Wein importieren möchte. Warum? Ja, darum geht es jetzt. Warum? Ja. Waren die damals alkoholfrei? Ja. Als ganzes Land? Ja. Und zwar mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat Norwegen sich entschieden, aufgrund von Ressourcenknappheit unter anderem, also so wurde es begründet, Alkohol zu verbieten. Das war erstmal ein vorläufiges Verbot, was dann 1916, also zwei Jahre später, tatsächlich auch beschlossen wurde. Dann, wir kennen die Geschichte, der Erste Weltkrieg ist vorbei, 1918. Und 1919 guckt man mal so langsam rauf und denkt sich so, eigentlich sind die Gründe für das Verbot in Norwegen, sind jetzt passé, weil eigentlich geht es uns gut. Wir sind jetzt auch nicht gerade Verlierer oder Gewinner, sondern uns geht es eigentlich gut. Man macht eine Volksabstimmung und tatsächlich, die Volksabstimmung kommt zum Entschluss, wir sind weiterhin für das Verbot. Wir finden das gut, wie das läuft. Wir wollen es weiterhin verbieten, ausgenommen, es ist so eine Verwendung in der Medizin, bei Herstellungsprozessen oder für wissenschaftliche Zwecke, da soll es weiterhin erlaubt sein. Und das kommt jetzt zum Konflikt, denn Norwegen importiert eigentlich Wein aus Portugal, aus Spanien, aus Frankreich. Und die sehen gerade, dass in Europa in einigen Ländern so eine Prohibitionsbewegung ist. Und die sehen auch in den USA, da gibt es auch schon Prohibitionen. Und die kommen so langsam, kommen die ins Grübeln, denken sich, wir stellen so viel Brandwein her und so viel Wein. Wer soll denn das alles trinken? Wer soll denn das trinken? Wenn das Land A, Land B, Land C und dann folgt das und ganz Europa wird vielleicht trocken, die USA sind schon trocken, wer kauft das verdammt nochmal? Deswegen drehen jetzt Spanien, Portugal und Frankreich mit einem Konflikt hoch und sagen, Norwegen, wenn ihr das jetzt so weitermacht, wir sind fast Hauptabnehmer eures Fisches, wir verhindern den Import. Und das machen sie, indem sie zum Beispiel wie Spanien ab 1921 sagen, wir erhöhen den Zoll auf norwegische Produkte um 50 Prozent. Handelskrieg, ja. Ja, oder wie Portugal sagen, wir sperren sogar den Hafen für alle norwegischen Schiffe. Und das führt tatsächlich dazu, dass Norwegen in eine Wirtschaftskrise kommt, weil sie halt so viel Fisch auch in diese Länder transportieren. Und der Minister kommt im März schon ins Grübeln und muss sich irgendwie mit Portugal auch an einen Tisch setzen. Das kann nicht sein, dass kein einziges Gut mehr in den Hafen rein kann und macht einen Kompromiss und sagt, okay Portugal, ich lasse circa 850.000 Liter mal wieder importieren und dann ist aber auch gut erstmal wieder. Ja, dann sind wir hier fein und Portugal sagt, ja, ist gut, finden wir gut. Die Norweger finden das nicht gut. Die sagen zum Minister, das kannst du nicht tun. Wir haben doch gerade dafür abgestimmt Prohibition. Und deswegen muss er auch seinen Hut nehmen und tatsächlich die Regierung verlassen. Finde ich gut. Es kommt eine neue Regierung. Ich mag ja dieses Konzept der Verantwortbarkeit für eigene Entscheidungen. Finde ich sehr angenehm. Und der Minister tritt zurück. Es kommt ein neuer, der kann so ein bisschen was in abgespechter Form durchsetzen, dass trotzdem ein bisschen was importiert wird und nach und nach, das gelockert wird, tatsächlich 1927, also in vier Jahren, verschwindet dann noch das Verbot wieder. Und diese Folgen des Verbots sind interessant. Fallen dir da so ein paar Folgen ein? Also wenn ich jetzt in einem Land den Alkohol verbiete, was das so für Konsequenzen hat oder was da so für kriminelle Dinge passieren könnten? Ja klar, man hat natürlich einen Schwarzmarkt. Genau. Die Schwarzbrennereien florieren, der Schmuggel kommt zwischen Dänemark und Schmuggel. Logisch, bei Kriminalität. Auch die Norweger, die haben wahrscheinlich auch für den Wetter, hatten ein sehr hohes Alkoholproblem auch. Also das gibt ja auch Gründe, warum auch heute noch, ich war vor drei Jahren in Norwegen, Bier 50 Euro oder sowas. Also ist halt immer noch sehr aktiv. Ich war mal mit einem Norweger beim Fußball im Stadion und der kam gar nicht drauf klar, dass es im Stadion Bier gibt und dennoch ist es auch so günstig. Ja genau. Wo ich zu ihm meinte, das Bier ist hier teuer. Das ist so 5 Euro wahrscheinlich im Stadion, ne? Ja. Und für den aber ja, also in Norwegen weiß ich doch, 15 Euro war halt da so für gutes Bier und das billigste, was man so trinken konnte im Restaurant oder so war 11 Euro. Ja. Und tatsächlich gibt es noch eine Folge von dieser Prohibition. Es gibt nämlich sogenannte Schnapsärzte. Wie ich ja sagte, für medizinische Zwecke war es erlaubt. Und es gibt tatsächlich Ärzte, die haben sich darauf spezialisiert, Rezepte auszustellen, trinkbaren Alkohol. Achso, für Desinfektion, ist ja klar. Ja. Und tatsächlich haben das auch Zahn- und Tierärzte ausgegeben. Jährlich ca. 10.000 Rezepte. Spitzenreiter war ein Arzt, der in einem Jahr über 48.000 Rezepte ausgestellt hat. Das ist auch eine Leistung, wie viele Rezepte du pro Tag aufstellen musst. Ja, das sind ja dann am Tag, keine Ahnung. Viel. Und es gibt dann auch die Bezeichnung für diese Ärzte, die werden dann im norwegischen Raum Poposchnaps, beziehungsweise Doktorspritt. Also wird der Spiritus davon. Der Doktorspritt. Ja. Hast du Durst, geh zu Doktorspritt. Ja. Oder ich brauche mal einen Poposchnaps. Ja. Und dann dachte ich mir nochmal, wir gucken nochmal auf diese Angst von Spanien, Frankreich, dass die Welt jetzt trocken wird. Und wir hatten ja schon gesagt, USA seit 1920 wird trocken. Und die haben jetzt im Mai auch nochmal aufgedreht und haben gesagt, wir untersuchen jedes Schiff, was in der Drei-Meilen-Zone vor uns liegt. Ob da nicht Schmuggelware drauf ist. Also die meinten das wirklich ernst. Die Briten, die sind weiterhin nicht trocken, die sind weiterhin fröhlich am Saufen. Die fanden das gar nicht gut, dass da ihre Schiffe untersucht werden. Haben dagegen protestiert. Haben auch im April jüngst auch schon eine Abstimmung gehabt, ob sie nicht Prohibition betreiben sollten. Das war 14 Stimmen, waren dafür 236 dagegen. Also da wurde es abgelehnt. Das passt mir sehr zu England. Ja, und in der Schweiz eine ganz interessante Richtung. Da sind die Parteien und auch die Presse sind für ein Verbot oder sind für Einschränkungen beim Alkoholkonsum und haben alles getan, um das voranzutreiben. Und in der Volksabstimmung sollte dann darüber abgestimmt werden. Und die Parteien und die Presse waren sich sicher, das kommt durch. Und tatsächlich haben sich aber ca. 100.000 Stimmen mehr dagegen entschieden, gegen das Verbot bzw. gegen Einschränkungen. Also für den Alkohol. Für den Alkohol, ja. Also die Bevölkerung war nicht dafür und damit haben die gar nicht gerechnet. Das Deutsche Reich, jetzt jüngst auch im April, hat ein Verbot zur Absintherstellung bereitgestellt. Und auch die Türkei, auch jetzt im April gerade erst, hat auch ein Alkoholverbot reingebracht. Da gibt es eine ganz interessante Strafe. Wenn du dagegen verstößt, drohen dir 30 Stockschläge auf die Fußsohle. Aua. Das ist auch fies. Wir laufen. Also USA, Norwegen, Deutsches Reich, Türkei. Die Prohibition ist vor 100 Jahren jetzt nicht. Also man kann schon sagen, das war gar nicht so unwahrscheinlich, dass nach und nach jedes Land dazu kommt und immer mehr Länder trocken werden. Und dann wären natürlich die Spanier, Franzosen und Portugiesen, die ja sehr viel Wein herstellen, die wären da schon auf dem Trockenen geblieben. Spannend. Da haben sich wahrscheinlich auch viele gedacht, ja in 100 Jahren trinkt ja keiner mehr Alkohol. So blöd können die doch nicht sein. Trotzdem kippen wir uns noch die Birne voll. Ja, ich muss sagen, ich trinke selber gerne mal ein Bier. Ich persönlich finde bei Prohibition, wenn ich mich ganz reinhörchen würde, würde ich ein ungefragter Kommentar von mir. Ich halte Prohibition nicht für den richtigen Weg. Ich finde die norwegische Variante eigentlich ganz sympathisch, dass es halt nur einen staatlichen Läden das gibt unter bestimmten Auflagen und dass es halt arschteuer ist. Es ist halt ein bisschen unfair wieder, wegen Bereiche ist es auch wieder egal. Nur ich glaube, es ist der richtige Weg. Also ich halte es halt gut, wenn Alkohol nicht immer zur Alltagskultur gehört. Und wenn es nicht an jeder Ecke zu kaufen ist. Und wenn es auch, vor allen Dingen, ich finde es bei uns stellenweise zu billig. Da gebe ich dir recht. Das ist echt komisch. Also wenn ich mir einen guten Saft kaufe, ist ja richtig guter Saft, kostet so viel wie Korn gefühlt. Der billigste Korn bei Lidl, das ist ja schon fast die gleiche Preisregion gefühlt. Und das kann es halt irgendwie nicht sein. Oder auch eine ganze Flasche Wein, ja. Ja, also das ist dann schon komisch, ja. Ja, ich will jetzt nicht in Flosken verfallen, aber wir sollten schon gucken, dass wir das eher als Genussmittel auch wirklich verstehen. Eben. Und nicht als bei jeder Gelegenheit trinken wir ein Bier und ein Wein, sondern... Dass halt ein Nein eher der Normalfall ist als ein Ja, dass das auch nicht komisch angesehen wird, dass man nicht schwanger sein muss, nur weil man keinen Bock hat zu trinken. Ja. Ne, finde ich toll und da ist auch vielleicht auch nur was Gutes, da waren die vor 100 Jahren doch sehr, sehr weit. Und Hamart hat versucht, Lösungen für ein wirklich schweres Problem zu finden. Ja. Ja, und das ist super. Ja. Vorfühlt von mir. Ja, ich bin auch durch. Wir können auch direkt zum Harry Graf Kessler teilkommen. Ja. Harry Graf Kessler war in London vor 100 Jahren, war sehr aktiv und hat sich auch mit Stresemann unterhalten. Und ich habe nur so zwei, drei Stellen herausgesucht, was ich ganz interessant fand. Einmal, es gibt eine schwere Regierungskrise der Regierung Kuno. Zitat. Weder Kuno noch Rosenberg verstünden es des Parlaments zu überhandeln. Wenn Stresemann Vizekanzler geworden wäre, hätte, also man muss verstehen, der Harry Graf Kessler unterhält sich halt mit Stresemann über die aktuelle Regierung. Beide kommen zu dem Schluss, dass mit Stresemann die Regierung besser wäre. Ja, und Aussage von Stresemann selber, geschrieben von Harry Graf Kessler in seinem Tagebuch, also immer alles mit Vorsicht zu genießen, können die das Parlament nicht behandeln und Stresemann hätte denen das abnehmen können. Deswegen, die sind jetzt nicht fähig, handlungsfähig, Verhandlungen mit der Entente zu führen, weil jegliche Verhandlungslösungen ist ein dreckiger Kompromiss, der Rückendeckung aus dem eigenen Parlament führt und das kann die Regierung nicht. Und deswegen muss sie zurücktreten. Ja, und die ideale Kombination wäre hier Stresemann Außenminister und der aktuelle Reichspräsident Ebert als Reichskanzler. Hier nochmal ein Eindruck von Harry Graf Kessler über Rosenberg. Das ist der aktuelle Außenminister, den hatten wir in der letzten Folge. Und Einschätzung. Zitat. Und es ist so, als ob ich mir von meiner alten Gouvernante einen Zungenkrebs operieren lasse. Also völlig unfähig. Ja. Also. Okay, das ist hart. Wieder sehr, sehr hart. Aber der Kernpunkt ist halt der, dass laut Harry Graf Kessler die aktuelle Regierung nicht in der Lage ist, Kompromisse im eigenen Parlament auszuhandeln und deswegen nicht verhandlungsfähig sind. Weil ohne Zugeständnisse kein Frieden. Und der letzte Punkt ist der 31. Mai. Und hier ist, geht es einfach darum, dass die eigene Innenpolitik nicht handlungsfähig ist. Also weil es gab ein Angebot von, in der Größenordnung 30 Milliarden an die Ententeurne und später sagt nochmal das eigene Parlament, nee 30 schaffen wir gar nicht, wir können nur 20, aber das Angebot ging schon raus. Also die Regierung ist halt nicht handlungsfähig, das wird hier nochmal ausführlich geschildert. Und Stresemann muss hier rein und das ist auch etwas, was auch bald passieren wird, weil der ist der nächste Reichskanzler und das wäre jetzt nochmal das, was Harry Graf Kessler zu dem ganzen Geschehen zu sagen hat. Und das war dann auch von mir. Ja, vielen Dank. Ja, Stresemann ist ja dann auch relativ lange, also in Relation gesehen, Kanzler. Ja, das nicht, nee. Nee, der ist ewig der führende, einer führenden Köpfe, aber der geht dann später in seine eigentlich gewollte Rolle Außenminister ein. Der ist nicht lange Reichskanzler. Okay, gut, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Dann war er dann lange Außenminister und sorgt halt dafür, dass Deutschland und Frankreich zusammenfinden und macht das, was auch Rathenau gemacht hat, dass Deutschland wieder Respekt und Anerkennung in der internationalen Bühne bekommt. Und dafür begab es auch den Friedensnobelpreis dann letztendlich. Ja, ich bin gespannt, wann es kommt und was dann auch Stresemann dazu zu sagen hat. Seine Mutter hat ihn ja Traumjörn genannt. Der Traumjörn wird uns noch bis 1929 weiter begleiten. Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vorhundertpunkt.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Outtakes. Ich sag mich mal so. Ich glaub, du musst die Bücher genau andersrum machen. Die Sonne kommt von da. Aber ich bin, ist es ja im Schatten. Okay. Boah, ja, ja, das ist wirklich warm. Hast du noch einen Schluck Wasser vielleicht? Willst du jetzt Wasser rüberlaufen? Ja, nur ein bisschen. Okay. Kannst du das bitte irgendwo machen, wo keine Kabel? Ja. Da passiert ja nichts. Herzliches, wer da? Dann lass es jetzt erstmal noch kurz aus. Nee, nee, es passt schon. Okay. Sehr schlaue Idee von mir mit einer Gräseallergie, mich aufs Gras zu setzen. Wir müssen uns echt beeilen. Ich hab hier volle Batterien drin und ich hab die noch einbalken. Ah, okay, gut. Vielen Dank.